Einen wunderschönen guten Morgen beziehungsweise Mahlzeit. Es ist Donnerstag. Wir haben kurz noch zwölf und das Wetter ist nicht so verrauschend wie das Fußballspiel gestammt. Wir sind im Achtelfinale. Entschraudet. Entschraudet sind wir wieder. Wir haben ja gestern noch mal einen Baublog gefunden, Stadt Plümlim. Und wie ich gerade gesehen habe, haben wir diese Woche nicht ganz sieben Level an Komfort dazu gekriegt. Mit den Bildern, die wir aufgehängt haben, mit den neuen Möbeln, die wir aufgebaut haben, haben wir tatsächlich noch mal an Komfort gewonnen. Moin Dirk! Ja natürlich ich auch. Hallo? Achso, nee. Achso, nee. Er wieder. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dir geht es viel zu gut, weil du bist so frech wie du bist und so, ne? Nein, Scherz. Ähm, ja. Ansonsten... Ja. Jede Menge... Jede Menge Komfort haben wir dazu gesagt. Man lebt nicht mehr, ja, ja. Äh, genau. Dann gäst du noch dieses Haus da angefangen. Ihm seine Bude eingerichtet. Weitgehend. Ich glaube, allein dem neuen Möbel und der Kamin haben noch mal Komfortpunkte gegeben. Hier haben wir schon wieder was gemacht, ne? Da hat es noch mal ein Bildchen dazu gegeben. Ähm, ja. Ja, ja, das, ähm, sobald ich mir überlegt habe, wie, wie ich das weiterbaue. Weil, ja, gar nicht so einfach. Weil hier soll nämlich, also eins der Wohnhäuser von den... Also hier im Gasthaus sollen ja zwei, zwei Mädels arbeiten. Einer davon wird hier einziehen. Und dann würde ich hier gerne so... so einen Bogen bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege. Und daneben dran das zweite Haus. Und dann bleibt nämlich gar nicht so viel übrig für den Ärger. Dann bleibt der Ärger vielleicht an dieser Seite. Aber ich weiß noch nicht, wie... Hier vorne kommt bestimmt so ein kleiner Balkon oder sowas hin. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Bin gerade dezent überfordert. Ach, da fehlt auch noch ein Abschluss. Sehe ich gerade. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding da weiterbaue. Und die ersten Zimmern, die waren einfach. Und jetzt wird es langsam kompliziert, wie ich das weiterbaue. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Weil, wie gesagt, das ist ja die Küche. Außer ich mache die sogenannten Ärger für die Küche. Und da vorne kommen zwei, drei Tische hin. Ich weiß es nicht. Ich bin echt überfragt gerade. Und, wie gesagt, da haben wir ja schon mal die Anmeldungstheke. Wenn ich mal hier oben weiterbauen, weiß ich auch noch nicht. Ich will auf jeden Fall noch so eine billige Zimmerreihe machen, wo ich so mehrere Leute in einem Zimmer schlafen. Für die, die nicht so viel Geld haben. Weil das ist halt schon ein etwas besseres. Und das hier, wenn man richtig Geld hat. Da muss ich auch noch, warte mal. Das sollte ja die Wand bleiben. Das ist immer noch nicht richtig. Das ist manchmal echt schwierig. Jetzt haben wir es. Hallo Andrea. Habt ihr euch gut von der Klinik erholt? Dein Sohnemann und du. Komm schon. Jetzt hat er. Immerhin, du hast wieder eine 3er Stream Serie geschafft. Er hat wieder Farbe im Gesicht. Schön, schön. Da muss noch eins hin. Ist echt kompliziert, Kinders, wie man da baut oder eben auch nicht. Deswegen muss ich, glaube ich, die Wohnhäuser da hinten fertig kriegen. Dann wird es vielleicht ein bisschen... Dann können wir mal gucken, wie wir das hier verbauen. Vielleicht tun wir die sogar teilweise das Gasthaus mit den Häusern da verbinden. Mal schauen, was mir einfällt. Aber jetzt wollte ich erst was anderes ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, immer. Immer. Wie gesagt, das Bauen ist halt eine Kunst für sich. Da ist noch so eine dappische Holzkiste drin. Bin ich gerade irritiert. Wo kommt die Musik her? Ja, nee. Ist klar. Ist ja die Schnecke. Nudeln mit Ketchup und Hackbällchen. Lass es euch schmecken. Ja, es war. Nee, ich wollte das mit dem Holz. Miasma-Holz. Gibt es da keins doch? Das da wollte ich. Ist mal was anderes. Ich habe allerdings wenig Miasma-Holz. Hier. Danke für den Kaffee. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt hinkriege, was ich da so im Köpfchen habe. Quatsch. Miasma-Holz. Äh. Nee, das ist... Wir können ja teilweise hier schon reinbauen, ne? Da können wir ja teilweise schon reinbauen. Äh. Ja. Jetzt wird es kompliziert, Kinos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Räuchte ich noch eins? Eins, zwei, drei, vier. Ja, nur zum Probieren. Ähm. Hallo Guru, grüß dich. Guru hat Platz 1, dann kommt Future, dann kommt Six, dann kommt Sen, dann kommt Heiko, dann kommt der, dann kommt Engel, dann kommt Dami. Okay, auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, so. Äh, das muss ich nicht... Nee, das war zu viel. Der muss noch weg. Stimmt das dann so? Okay. Nein. Stimmt das so? Nein. Stimmt das so? Wird das ja einfacher gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Was plus Ziel? Achso, da kannst du mit, ähm... mit Bits Aktionen auslösen. Halt zum Beispiel für Grüßen oder ganz viele Herzen oder sowas steht ja dann dabei. Die Einzelnen, die Einzelnen, die Einzelnen sind auf jeden Fall... Das ist so eine neue Aktion, die Twitch, ähm... ...gemacht hat. ...gemacht hat. Äh, da kannst du halt mit Bitis... ... ähm... ... Sachen auslösen. Und danke für den Biti an Guru. Was heißt bitte TML? So. ... äh... ... ähm... Dann geht es natürlich noch runter. Ich habe den Torbogen hingekriegt. Danke, Andrea. Spinnen die, warte mal, mach doch, so, spinnen die Dinger wieder, mal kicken, ob es jetzt besser wird. Hallo Future. Ich habe den Torbogen hingekriegt, ich habe den Torbogen hingekriegt. Das ist nicht ganz richtig. Das ist immer noch nicht richtig. Ich will mich wieder ärgern. Wie geht es den Herrschaften so? So. Eventuell machen wir dann die Seiten wieder ganz zu. Wahrscheinlich sogar. Aber ich habe tatsächlich einen eigenen Torbogen hingekriegt. So. 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 Den eigenen Torbogen hingekriegt. So. 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 Ja, wie gesagt, Future sollte endlich mal über ne OP nachdenken. Das so gar nicht besser wird. Ja, hat doch Andrea gerade erzählt, was sie essen tut. Ich habe heute morgen erst mal Aufbacksemmeln mit der selbstgemachten Marmelade von Naomi gehabt und Netira getrunken bzw. Netira steht noch hier. Bei dir gibt es Ravioli, ist auch lecker. Ich bin stolz auf mich. Ich habe einen eigenen Torbogen kreiert. So. Mit Spinat und Frischkäse Ravioli schmecken bestimmt gut. Ich habe mal in den Zeiten, wo ich noch aktiv sein konnte, habe ich mal sowas mit Wildkräutern und Frischkäse gemacht. Ach, das war echt mega lecker. So. So. Dann kann man leider im Vorbeigehen in die Bude von wem auch immer reinschauen. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Da kommt dann ein Fenster hin. So. Das könnte man theoretisch. Und das wird nicht... Ne, brauchen wir auch nicht. Da kommt ja noch ein Haus hin. So. So. So sieht das Miasma-Holz aus, wenn man das verbaut. Wenig spektakulär, aber man sieht es mal. Und dann habe ich nämlich vor, machen wir nämlich hier eine Verbindung ins andere Haus. Ich komme da nämlich. Wartet. Ich habe ein Teil aber oben noch. Ich bin stolz auf mich. Ich habe das hingekriegt. Die Community. Genau. Das wäre mal eine Idee, ne? Aber da ihr ja leider nicht hier seid, müssen die NPCs rein. Aber es sollen ja irgendwann noch andere kommen. Ja, der wohnt da vorne vor der Tür. Da sind Wölfe. Und die hören wir bis in den Berg runter. Die wollte ich noch. Die müssen wir dann nämlich nämlich mal bauen. Ach gut, da haben wir noch ein Pläne schon. Da haben wir noch ein Pläne schon. Und das... Da muss ja nicht nur noch einen. Wow. Standfackeln hätte ich schon. Na dann. Was heißt hier? Wegen ein paar Wölfe, die kommen doch nicht rein. Du wohnst doch im Berg. Da kommen die doch gar nicht rein. Außer einer ist so doof und lässt oben die Tür ein. Dann kann das schon mal passieren. Aber normalerweise nicht. Ich habe ja den rumgezogen. Umgezogen. Äh. 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 Fenster. Die da... Mit Fensterem. Ne, dann waren das... Tut mir leid, Schatzi. Deine Fenster wollte ich jetzt nicht. Äh. 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 So. Äh. Äh. Fenster. Wie machen wir nämlich hier? Jetzt... Ehh! Jetzt schick nicht. Dann kommt hier nämlich mit zwei Seiten Glas eine Verbindung zum anderen Haus. So. Und dann haben wir hier... Oberblock. Den da. Ach, der war ja einer. Warte, den muss ich erst neue bauen. Ja. Ja. Ziegelfachwerk. Ist wahrscheinlich Nacht. Da weinen die ein bisschen mehr, wie tagsüber. Der will mich heute echt ärgern. Das ist tatsächlich niedriger, als ich dachte, die Wände hier. Wartet mal. Er sagt, wir können so hoch. Wenn wir die noch mal neu anbauen. Ein Stück höher. Ich sehe wieder nicht, wie ich baue. Wenn die Püppi da vorsteht. Ne? Ja. Soon. Dann müssen wir dann anfummeln. Ach nee. So wollte ich. Moin Sext. Äh. Hä? Okay. Tärbar. So. Jetzt richtig. Wie geht's dem Herrn? So. So. Okay. Müssen wir dann wahrscheinlich von außen noch mal korrigieren. So weit gut. Schön. Joinn. das passt ja perfekt da muss ich noch warum einmal aus unerklärlichen gründen haben wir hier einen kleinen absatz drin ja wenn der ganze andere recht vom haus passt lassen wir das erst mal das sieht bis dahin gut aus komm ich doch jetzt an den kannst du runtergehen nein ist nicht richtig jetzt haben wir es nur ja jetzt haben wir es so die ecke ist sauber doch haben wir wie gesagt ja noch mal später das symmetrisch machen geht ja erstmal nur wie es aussieht ich würde sagen es kommt na ja ja nicht unendlich platz haben und ich nicht noch drei kilometer schachten will müssen wir gucken dass man ich weiß halt ja auch nicht wie viel npcs eventuell noch kommen da das spiel ja noch nicht fertig ist wenn wir Pech haben müssen wir trotzdem irgendwann noch Platz anbauen da muss auch noch ein abseit achso da muss ja eh noch Wände hin das wäre vielleicht schilfreich wie immer die besten fangen wir mit der band an machen wir Fenster und kramen wie wir es brauchen und wie wir dann später auf Sicht haben so da ist der durchgang das sehr enge wie gesagt größer hättest du nicht sein dürfen ne das war Millimeterarbeit natürlich so gewollt Millimeterarbeit so da muss noch was rein da fehlen noch ein paar ein paar stehen schon und da fehlen auch welche da fehlen auch welche jetzt nimm mir ne passt so die dame wird sich wahrscheinlich immer beschweren dürfen dass die halbe nachbarschaft ins haus gucken kann aber da muss sie durch da muss sie wohl durch da muss sie wohl durch doch ich kann noch wartet ich kann noch eins dann bleibt es sogar schick nein so danke jetzt wieder zu den Fenster so so passt denn hier auch gut hin so cool 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 in dem Merkfilm machen Wow! Das war aber knapp! Oder? Sehr knapp! Warte. Mach mal hier nochmal eine Reihe hin und hier dann eine weg. Sehr auf guten Höhe! So. Das war jetzt sehr auf Bodenhöhe. Ach, ich vergesse mal, dass ich den umgestellt habe. Okay, komm. So, get em! Kriege ich das nicht von hier unten rein? Okay. Hauptsache, Madame, hier hat wieder was zu zicken. So. Hallo, Nachbar! Bist du schon wieder unterwegs? So. Das hier könnte ja länger sein, ne? Dann muss ich den ganzen Bogen neu bauen. Ne, will ich nicht. Dann geht das Ganze nicht auf. Das qualmten. Achso, die Fackeln. Äh, vier. Da fehlen noch zwei. Also, zehn solche Fenster. Also, zehn solche Fenster. Die da war das. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dankeschön. Echt jetzt? Ja, da muss ohne Wandchen. Interessant. Sieht man hier nicht so gut. Nee. Der hier ist auch falsch. Man sieht das nicht so gut, weil man irgendwie blöd stehen muss, für da dran zu kommen. Aber ich habe es geschafft. So. Der offene Durchgang zum Nachbarhaus. Ja, für Vergrößern könnte man Häkchen zum Doppelbogen zu holen, aber... Ich denke, das reicht. Das reicht. Wie viel interessanter ist, ja. Was war das da? Irgendwas hatte ich gestern noch, weil das eine Ebene ist, ne? Ja. Das ist eine Linie, hm? Was wollte ich damit? Äh... Weiß ich nicht. Ich mach mal einen Zaun hin. Ich weiß, wie gesagt, grad nicht, was ich damit wollte. Bitte. Aber für irgendwas war es mir wichtig. Man kann die so schön ineinander stellen. Das finde ich toll. So. Das heißt, wenn man hier durchkommt, warum auch immer. muss man hier außen rum gehen. Und wenn sie von der Arbeit kommt, hat sie hier genau wie er ein bisschen privaten Eingang. Also, wir sehen uns mal. Hmm. Aber wir denken, ja. Da kann man... Ja. Das Grünzeige ist oben gegangen. Wenn das hier als Sport zählen würde, wäre ich schon richtig sportlich wieder. Aber leider, leider zählt das ja nicht, der scharmes Mensch. Ich meine, das ist so. Ich meine, das ist so. Ja, nein. Ja, nein, das kann ja nichts werden. Ein bisschen mehr Grünzeug könnte da dran wachsen, aber ja. Geht so. So. Schmackt halt ja, ne? Dann macht das direkt viel lebendiger, nur weil ein bisschen Grünzeug rumhängt. In der Gegend. So. Schon irgendwie krass. Was machen wir da für Türen hin? Ach, Mann, oh! So. Wie wäre es da mit? Rosa habe ich aber in Auftrag gegeben, ne? War das hier oder war das in der anderen Basis? Lass mich mal eben gucken. Ja, das ist Indigo. Was? Ah! Das war nicht echt, ja? Okay. Ich wollte was gucken. Ja. Ja. Ich wollte was gucken. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Hier oben. Ihr könnt wohl hier. Also, dass ich kein Nitrat habe für den einen Farmboden, ist tatsächlich nicht so, dass ich am Anfang irgendwas verpasst habe, sondern dass ich tatsächlich das so nicht habe, weil das Nitratzeug brauche ich Sachen aus dem Ödland und Ödland haben wir noch nicht so wirklich gemacht und deswegen fehlt mir das noch. Was ist das hier eigentlich? Das ist bestimmt noch ein Dingsbrunnen. Aber das muss hier irgendwo anfangen und hier irgendwo weitergehen. Das war welche Quest? Wie helfe ich die nochmal? Wissenschaftliche Instrumente. Das da brauche ich. Das hat er jetzt nicht markiert, oder? Oder war das das hier, das ich noch nicht gefunden habe? Ich da ein Teil schon gemacht habe? Muss mich nochmal gucken. Ne, habe ich nicht. aktive Quest. Hier. Hier. Ich wusste, ich habe das schon mal gelesen auf der Karte. Hier ist es ein winzig kleines Fragezeichen. Ein winzig kleines Fragezeichen. Da ist ein Knochen. Ich sag ja, Ödland haben wir nicht gemacht und von dort aus geht es dann irgendwie... Irgendwie nach oben. Mehr weiß ich nicht mehr. Obeliskenforschung. Ich glaube, die hängt da auch mit zusammen. Aber ich habe jedenfalls am Anfang nichts verpasst. Ich habe das einfach tatsächlich noch nicht. Oder kann es auch noch nicht haben, weil ich in der Gegend noch nicht rumgerannt bin. So, das brauchen wir für Bilder machen. Aber ich wollte irgendwas anderes hier oben. Was wollte ich denn hier? In der Bronze gucken, ne? Äh, schon. Perfekt. Danke. So. Das ist Eisen. Das ist Zinn. Okay. Bevor wir das vergessen, ich sehe gerade, das ist Tag. Wir gehen mal eben die Zinnmine vor der Tür besuchen. Solltet ihr mich auch erinnern? Da läuft ein Schäfchen. Was steht jetzt auf? Meine Zinnmine vor der Tür. Meine Zinnmine vor der Tür. Die ist da vorne irgendwo. An dem Knutbrunnen vorbei. Da ist Minze. Genau. Einmal Zinn, bitte. So. Da ist er. Ja. Ich meine, einfacher geht es ja wohl nicht. Wir haben es direkt vor der Haustür. So einfacher geht es ja nur wirklich nicht. gut. Wir müssen gerade die Münze sichern, bevor wir die weg haben. Und das hier. Nur Minze. Mag jemand Minztee? Ich hätte gerade frisch gepflügte Minze. Du? Kein Problem. Mit der Schänen. Die hat bestimmt einen sehr intensiven. und speziellen Geschmack. Lasst dir schmecken. Vor allen Dingen eine wunderschön grüne Farbe. Wo ist mein Zinn jetzt? Oh. Das ist Stein. Wo ist der Zinn? Da. Es wird natürlich dunkel. Es wird dann toll. Müll hat einfach. Ein bisschen. Du? 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 Bei der Gelegenheit tun wir mehr oder weniger freiwillig unser Kalkvorrat aufwerten. So, ist schon wieder dunkel. Aber wir haben unseren Vorrat aufgewertet. Also wenn wir das immer ein bisschen was machen, müssen wir nicht stundenlang farmen. Und haben immer schön Vorräte. Diese Geräusche. Dann haben wir gerade gesagt, wir haben fast kein Holz mehr. Dann könnte ich mal kurz meine Klingen ausprobieren. Hallo. Okay. Okay. Der Rucksack ist voll entstabend. Das macht Laune, oder? Metzl. Die machen Laune. Und die jetzt noch ein bisschen größer werden. Ein Bauernfrühstück mit Zwiebeln und Sauerkurke. Ja, lass dir schmecken. So, dann können wir das hier gleich machen. Na, na, na. Der Schwert macht Laune. Äh, die Dolce. Wie gesagt, wir hören nur dummerweise. Achso, ich brauche gar nicht zum Holzdingen gehen. Ich habe hier keinen Platz mehr. Das können wir unten rein machen, dann tun wir das nachher. Nachbedarf verwenden. So. Stolz. War so ein Bauernfrühstück, hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ne, das gehört hier gar nicht hin. Wieso habe ich Nägel? Ah, soll mir recht sein. Nur noch Safran für zwei Blümchen. Das ist nicht viel. Äh, Bilder meine ich. Das ist natürlich nicht viel. ZOOM. ZOOM. S-Word S-Word Wow, die sind recht groß. Okay. Ach, die haben sich wieder nicht rausgetan. Dann muss ich, glaube ich, schon wieder hochgehen. Das tut mir leid. Ist ja nur gut für die Puste und für die Bauchbeine-Po-Training. Einmal Treppen hoch, einmal Treppen runter. Und schon sind wir wieder fitter. Können uns lecker Bauernfrühstück gönnen. So. Erde wollte ich holen. Erde nicht. Geh weg. Farmerde macht sich als Friedhochserde ganz gut. No? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, nehme ich jetzt hier so ein Ecken übrig. Und wenn wir jetzt hier einfach rotzfrech eins... Wo ist der andere? Dann können wir hier schon mal so einen kleinen Privatfriedhof hinbauen. Ich habe doch Farmerde... Ich habe sie nicht rausgenommen, nur geteilt. Nein, 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 nein. So nutzt man natürlich nichts. So, jetzt das ganze noch mal. So hoch muss das eigentlich nicht sein. Ich habe das jetzt von der Straße versinkt. Entwürgt nicht richtig. Das wird so nicht richtig. So. Jetzt sieht man davon nicht viel. Graberde muss ja wenigstens minimal überstehen. Minimal. Viel zu viel. Wissenschaft für sich. Was? Ne. So sieht das doch schon. Naja. Naja. Passt gut aus. Aber wir können ja ein Blümchen noch draufsetzen. Es ist ja tief genug. Wir könnten ja noch Blümchen draufsetzen. Ah, ich habe natürlich keine da. Okay. Ein bisschen mittiger setzen. Erst das Grab bauen und dann den Stein setzen. Ist hilfreicher, oder? So. 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 Schwierig. Ne, ich muss das sehen, sonst schwittert nichts. Also noch mal hoch. Kicken, was mein Blame schackeln. Da muss ja nicht viel drauf wachsen, aber nur. Was haben wir denn? Weizen würde sich eigentlich auch gut machen. Es sieht ja nur aus wie ein bisschen Gras, gelbes Gras. Trotz allem, es würde sich irgendwie cool machen. Die nehme ich mal noch mit. Die kommen nicht aufs Grab. Erdbeersetzlinge. Indigo. Viel mehr haben wir hier nicht. Paprika muss das jetzt nicht sein. Pilze. Aktuell sind natürlich keine gestorben. Aber vielleicht möchten ja die NPCs ihren Verwandten, Freunden, was auch immer, die es halt nicht in die neue Zeit geschafft haben, eine Stätte geben, wo sie denen nachtrauern können. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Dass man den noch mal ehren kann, wisst ihr. Vielleicht haben sie ja das Bedürfnis dazu. Es wäre ja möglich. Mit ein bisschen Grünzeug. Mit ein bisschen Grünzeug sieht das auch schon viel besser aus. Sehr schön, dass Grünzeug Erdbeeren sind. Erdbeeren und Weizen. Mit ein bisschen Fantasie. Gut. Dann machen wir noch das andere Grab. So. 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 Auch nicht so perfekt, aber ich kann's nicht ändern. Wo ist das hier so riesig? Naja, also Gräber bauen gehört offensichtlich noch nicht zu meinem Erfahrungsbereich. So. Dann kommen zwei Indigo-Klemscher hin. Und dann haben wir schon mal einen kleinen Friedhofsbereich. Das ist halt nicht perfekt, aber immerhin. Ich mach mal hier noch so eine Art Zaun davor. Da könnte man vielleicht noch eine Reihe Dings hin machen und dann noch ein paar Urnen hinstellen. Ist mal was anderes. Wenn wir schon Grabsteine kriegen, müssen wir die ja auch mal verwenden, oder? Die sind halt sehr klein, ne? Ich hab aber nur zwei. Die anderen Kupferzäune muss ich beim Schmied machen. Ist natürlich jetzt doof. Ja. 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 Reicht eigentlich so dann? Ja, das funktioniert hier genauso. Das würde sich nicht so gut machen. Wenn die hier ausgewachsen sind, sieht man das Grabstein eh nicht mehr. Machen wir hier vielleicht noch einen Kopf hin, zum Schutz der Ahnen. Dann können die hier sich drum kümmern. Finde ich auch mal eine nette Idee. Dann will ich hier tatsächlich noch ein Fenster. Das sieht so sehr aus. Ja. Ihr könnt ruhig mit mir quatschen, hindert mich nicht am Denken. Ich bin ein Mädchen, ich kann Multitasking. Ich bin der da drüben. Der da hat sich da drüben. Da hat die schon mal zwei Fenster hier oben. Könnte zum Friedhof noch einen machen, aber mal schauen. Die Tür. Da wollte ich die große Tür haben. Da muss ich dich konzentrieren beim Schauen. Ja, ne. Ist klar. Immer diese Ausreden. Eine schicke Tür auch. Nicht schlecht. So. Nicht schlecht. So. Nicht schlecht. Das ist. Ihr seid so schleimer. Äh, weiter. Zuhilfen. Die stelle ich jetzt einfach mal hier oben. So. Von innen ist es vielleicht noch. Ja, ja. Schleim. So. So. Das war. Das passt hier nicht richtig drauf. Das ist ja voll blöd. Und das hier auch nicht. Da müsste man genau hier einen Viererblock bauen. Okay. Dann halt. Damit. Ich glaube, ich brauche eine. Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Ja. Fast. Das ist doch genauso wie eben. Ich will mich verkackern. Ich will mich doch jetzt wirklich veräppeln. Ich gebe es auf. Ich mache keine Ecken. Ihr wisst, dass ich das nicht kann. Außerdem muss ich das nicht machen. Das geht auch anders. Wie ist das? Wie ist das? Habe ich den falschen Buchstaben gedrückt? Gut. Da kommt einfach noch so ein Giebel, Giebeldings hin und dann passt das. Wenn das blöde Ding mich das mal richtig ansetzen lassen würde. Bitte. Nee, muss man nicht. Man kann das auch ohne bauen. Habe ich auch schon ein paar Mal. Jetzt ist es gut. So will ich das haben. So. Jetzt muss ich das nur weiter kriegen. Richtig? Richtig. Hier wird nachher ein Giebeldings reingesetzt und dann passt das. Das ist nicht richtig. Ich sehe es wieder nicht, wie das hier muss. Jetzt müssen wir das Ganze hier auch noch hinkriegen. Und dann kommt so ein Dingsbums drauf. Sonst könnte ich das jetzt zuerst machen. Dann habe ich noch eine Orientierungshilfe. Hier. Steht der richtig? Nein. Hätte mich ja auch gewundert. Dass man die nicht wegblenden kann. Ich sehe einfach nicht, wo ich hinbaue. so. 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 Und jetzt die Schräge. So. 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 Von der Höhe, ja, von der Breite, nein. Bis dann mal steht, dann ist es ja gut, aber bis... Ach, halt. Nein. Ganz ruhig. Danke, da wollte ich jetzt nicht hin. Ach, komm schon. Dann ist das Ding einfach scheiße. Dann stimmt das. Jetzt aber. Außer, dass es wieder zu weit drüber ist. Aber da kann man ja eine Reihe wegkloppen. Im Übrigen sehe ich gerade, sind die alle falsch. Okay, Nuts, come out. Okay. Ah! Keiner hat es gemerkt. Das sieht ebenmäßig aus. Das nachher zuzukummeln wird noch lustig, aber gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist so schwierig. Man kann sich ja nicht immer so stellen, wie man es braucht, damit man das gescheit sieht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ab und zu ist die Einrastfunktion tatsächlich gut. Das sieht gut aus. Die Tonne liegt auf ab und zu. Das sieht gut aus. Nein. So ein Kind aus. Bis dahin sieht das Dach schon gar nicht so schlecht aus. Trotz nicht schrägen Dingsbums. Das finde ich mal. Das müssen wir abklöppeln. Oder? Ne, muss man nicht. Das muss sogar bleiben. Obwohl das größer aussieht wie drüben. Ja. Ja. Ich muss mich mal noch eins abmachen. Ja. Ne. Dann stimmt's. Dann ist es genauso wie von der Seite. Eins. So. Bis dahin stimmt's. Perfekt. Dann müssen wir wohl die Dinger da noch einsammeln. Hier habe ich auch eins zu weit drüber, oder? Ähm. Ja. Nicht rumzicken. dann wie lange leben war. Nein, das Ding ist doch entscheidend. Aber dann kannst du nicht einfach HDR화를 machen und ärgerlichen禮ılı conseguen? Dascence clues touren, damit willst du nicht sicher sein. Das Zeug nutzt mich nicht einfach was sie aber noch zu Haben, dass es so mehr so schnell sein kann. Ich kann nicht einfach응er werden, ob das zum Glück interessieren kann. rumzicken. Ja, und weigert sich, die eine Ecke abzukloppen. So. Dann halt's von da. Jetzt wird's spannend. Nee. Von da muss ich rein. Jetzt müssen wir ja die Löcher noch zukriegen. Jetzt weiß ich nicht, welche Holzgröße ich da brauche, die da was noch. Das ist eigentlich nicht hoch genug. Was sind doch denn da? Der ist zu groß. Müssen wir von außen ganz viel abkloppen. Sehe ich schon. Nein! Die falsche Taste. Wie gesagt, da müssen wir dann von außen einiges abkloppen. Ungefähr? Nee. Das ist ja noch nicht. Das ist ja noch nicht. Bis dann. Das ist ja noch nicht. Bis dann. Von innen sieht es sauber aus. Von außen müssen wir jetzt bestimmt arbeiten. Lass mich mal gucken. Gut, dass wir hier so einen unnutzbaren Balkon gebaut haben. So können wir ja hier über die Dächer hüpfen. Sag ich doch. Hier haben wir... Aber so sieht das Dach doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was... Guck mal, das sieht doch gut aus. Sauber. Tipptopp. Alles gut. Ich lerne Dächer bauen. Irgendwann kann ich das. So viel Dächer ich unfreiwillig bauen muss. So. Da müssen wir ein bisschen was abkloppeln. Könnte es natürlich als Schornstein behaupten, aber nee. Dann war hier an der Seite irgendwo noch was. Das sah komisch aus. So. Wir gucken, wie gekonnt. Tipptopp. Das schaut doch tipptopp aus. Mit ein bisschen überdings, wie es sich gehört. Das ist hier ein richtig anständiges Dach. Da haben wir auch ein Überding. Und hier alles tippitoppi. Ist es zu? Beul. Zufrieden. Hat nicht gut gemacht. Wenn das nicht so blöd wäre, das Ganze hier neu zu bauen, könnte man das hier noch ein bisschen vergrößern. Dann wäre der Absatz hier noch witziger. Das erinnert dann an so ein Mittelalterhaus. Mach mal vielleicht mit dem anderen Haus, dass das so einen größeren Absatz kriegt. Gut. Dann machen wir jetzt noch die andere Seite irgendwie zu. Wenn ich das da hingekriegt habe, werde ich das hier ja auch hinkriegen. Einmal. Ungefähr so. Müssen wir mal wieder von außen putzen, damit es dann passt. Und dann noch zumachen. Bis dahin sieht das schon mal schick aus. Es geht von außen. Sag ich doch die Putzarbeit los. Da müssen wir diesmal viel mehr putzen. Aber egal. Hauptsache. Es ist noch da gut. Ich glaube die Hauskante steht hier an der Schloss. Hier ist das ein bisschen im Dach drin. Und hier ist es nicht im Dach drin. Wartet mal. Minimal. Nee, so geht es gar nicht. Das ist, dass es immer so kompliziert sein muss. Da dran zu kommen. Ich muss da ein Millimeter mehr Dach hinhaben. Ein Millimeter. Das ist gut. Ich muss da. Da ist es gut. Ja. Ich muss da. Ist er jetzt wieder 1 zu viel? Oder zieht er jetzt nur? Ist tatsächlich 1 zu viel? Damit kann ich leben. Das können wir mal abklöppeln. So, jetzt passt es. Sieht so aus wie auf der anderen Seite. Dann müssen wir das noch alles abmachen. Und wahrscheinlich hier auch das Dach noch ein Stück verlängern. Weil das sonst komisch aussieht. Lass mich mal kurz gucken. Ja. Müssen wir auch nur das Dach ein Stück verlängern. Ach ja, da kann ich stoppen. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. So. Oh. Da habe ich etwas Falsches abgebaut. Das soll ich da wegmachen. Jetzt müssen wir mal wieder ein Stück Dach anklöppeln, haben wir gesagt, ne? Einmal umdrehen, bitteschön. Viel zu... Viel zu falsch am Ansatz. Ach, das zieht doch immer. Ach, das zieht doch immer. Nun wird schnell heimlich der Roulette-Tisch geplündert. Damit ich das ja nicht mitkriegen soll. Auf anheben. Auf anheben. Auf anheben. Perfekt. 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 Dann wird ganz klein. Dann wird ganz klein heimlich. So, wo der Tischgeplünder plündert. Das soll ich so. Wir lassen das jetzt so. Ich habe schon den Dach hingekriegt. Ich bin zufrieden. Und das Fahrstuhl-Anheb. Finde ich gar nicht mehr so übel. Dann wird das nicht mehr so übel. Dann wird das nicht mehr so übel. Dann wird das nicht mehr so übel. Ist auch nicht so wichtig. Ja, ja! Ja, ja! Der will mir das Geld aus der Tasche ziehen. Wir müssten die Dingsdächer noch ein paar verlängern. Sieht nicht richtig aus. Da fehlt so eine schöne Überschnute. Minimal. Da brauche ich jetzt das X. Nicht so viel. Nicht so viel will ich das nicht. Genau so. Da fehlt noch eins. Jetzt müsste man eine perfekte Überschnute haben. Passt perfekt. Passt perfekt. Das hier. Sieht immer noch komisch aus. Ja, dann bleibt das halt. Irgendeine Ecke habe ich immer, die komisch ist. Aber es ist okay. Kann ich mitleben? Kann ich mitleben? Ja. 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 Nein. Als wenn ich komische Knöpfe drücken würde. Ich hab hier. Wolle ich? Ja. 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 Ich bin besser. Ja. So, einmal Gibelfenster Gibelfenster Das stimmt aber nicht. Warum machst du das mit mir? Warum ärgert mich das jetzt? Wo ist die Maus? Ach komm schon! Jetzt ist es drin. Ja. Wenn man den Scheiß nicht aufheben will, dann hast du ewig das E. Das ist manchmal so nervtötend. So Kinaus, ein praktisch perfektes Dach, zumindest für meine Verhältnisse. Ich glaube, ich habe oben noch Lampen. So, jetzt ist nur ein kleines Eckchen doof geworden. Aber gut. Hatte ich da nicht eine Stehlampe. Ich hatte doch mal eine Hängelampe von denen gebaut, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die hätte ich ja noch gehabt. Egal. Nee. Ich hätte geschworen. Die ist mir zu lang. Da müsste der Raum höher sein. Was soll ich raus tun? Auf dass ich sie demnächst wieder suchen gehe, die ganzen grünen Zeug. Da habe ich die Münze drin, eine ganze Erdbeere, ein paar Eier, da haben wir nichts. Das sind Setzlinge, hallo, da einmal ein Setzling, zweimal ein Setzling, erstmal raus. Dann haben wir mal wieder Platz, die bleiben noch drin, da habe ich noch was vor. Ein bisschen laut, aber der Hängelampe war hier nicht dabei, ne? Ist das jetzt nicht, was ich gesehen habe? Meeh! 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 Ich glaube, die habe ich unten. Meeh! Meeh,습니까? Meeh, meeh,���akt? Jbers instruction. Dann kam es jetzt noch. Stehen. T tender Bryce, wieso. Ah klar ist ja nicht. Dann laufen doch draußen diese Ziegen um, die Schnuckelchen, die die Wölfe immer knabbern dran. Gut. Wie, die war gerade hier? Hallo? Willst du da jetzt was komisches sagen? Ist das in etwa die Mitte? Ja, ne? Mich hat beruhigt. Je nachdem wo man guckt, ist die Mitte woanders oder was? Ist ja lustig. Das scheint zu passen. Wird natürlich jetzt nicht so wahnsinnig hell, aber da das hier das Schlafzimmer wird. Ich brauche hier übrigens noch eine Tür. Und zwar hatten wir die hier, ne? Ja. So, dann, Mädel, braucht ein Bett. Das ist ja... Ja... Ja, ich habe das. Welchen großen braucht ihr eigentlich als Einzelperson nicht? Einen normalen Tisch, natürlich eine Feuerstelle. Moment. Hauen wir erst die Ziegel. Erstmal. So. Es wird! Es wird! Achso. Ich habe doch schon... ...ein Bett gebaut. Theoretisch auch ein Nachttisch. Das darf noch ein bisschen... Das Bett darf auch noch ein bisschen nach hinten. So. Ja. So. Da haben wir schon mal das Bett hin versteckt. Ob das funktioniert. Ne, ist auch ein bisschen vor Blicken geschützt, ne? Nur so ein bisschen. Denn... Der eine Tisch ist hier unten. Das ist jetzt nicht der schickeste Tisch, aber es ist ein Tisch. Nur noch zwei, drei Stühle drin. Passt das? Da habe ich gesagt... Hier ist ja ein Weibsen, auch wenn sie viel Musik macht. Da kriegt sie auch weibliche Arbeitsgeräte ins Haus. Einmal. Dann kommt dann ein Hocker noch hin. Ich muss das mal kurz so sehen. Da könnte man eine Standlampe noch hin machen. Da muss auf jeden Fall Licht hin, wenn sie hier Leinen spinnt, ne? Ihr wisst ja, Eigenbedarf... Wir sind ja hier nicht im hochmodernen, was auch immer. Da wird für den Eigenbedarf noch vieles selber gemacht. Da könnte vielleicht noch ein... ...den Fensterchen hinpassen. Das muss ich ausprobieren. So. Ja, ja. Damit ich sehe. Wow, wie passend. Sehr passend. Wie geil ist das denn? Hier sieht das so hoch aus. Und von da passt es gerade rein. Wie gesagt, da werden halt Vorhänge schickt, ne? Aber haben wir ja nicht. Was? Wann ja nichts denn. Kann natürlich auch sein, dass wir das wieder ändern. Aber für den Moment... Ach, nein. Gerade die Ziegeln geh ich grad noch holen. Zehn Stück hatte ich doch noch. Zehn Stück hatte ich doch noch. Holz fehlt uns, ich verstehe. ... ... ... ... ... Kann ich das Holz nicht. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Lach nicht. Nimm die Axt und geh Holz fällen. Ist gescheiter. Schade, dass man die Instrumente nicht hinstellen kann in der Wohnung. Das wäre natürlich sehr geschickt jetzt bei der Bar. Wenn man da so Instrumente hinstellen könnte. So eine kleine Auswahl. Vielleicht, dass sie die verkaufen will oder so. Das wäre doch nett, oder? Holz wollte ich machen. Heute kommt die Knoch noch niedrige. Schaut man ja gern hin. Ich nehme mich! Wie viel Holz? M沒錯 ... ... ... ... ... Okay. Die Fionja hat sich klammheimlich und ganz alleine auf die große Fahrt gemacht und sich fette Beute unter den Nagel gerissen. So was. Klammheimlich. 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 Das war's. Das hat ja schon den Vorteil, dass wir unseren eigenen Wald angebaut haben. Mal gleich aufforsten, weil der Menge Holz, die wir brauchen. War das schon eine gute Idee, dass wir hier in der alten Basis einen Wald bauen? Ja. Ja. Na komm schon. Ja, bei Seven Days habe ich es aber nicht an der Basis, sondern weiter weg, damit es nicht zurückgeht. Aber da habe ich weiter weg, habe ich auch solche Holzvorräte angebaut. Stimmt, ja. Braucht man einfach, was so viel bauen tut. Kommt man da einfach nicht drum rum? Ja. Ja. So. Ich habe bestimmt Sätze, ne? Ja. 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 Schau. Ja. 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 Seltsam, wie man die teilweise so dicht aneinander bauen kann und dann wieder Megadar hat kein Platz. Damit es nicht so langweilig wird, haben wir mal wieder Tannen angezogen. Damit wir mal wieder was anderes sehen. Wieso sind die hier eigentlich noch so klein? Hm. So vielleicht schon andere. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Und auf der anderen Seite muss ich die Palmen mal wieder, ja, Palmen nachforschen. Da hab ich ja die Woche auch schon geräumt. Hm, 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 hm. So. Hm, hm. Hm. Was fehlt euch hier noch? Farmboden schon wieder. Ich kann gar nicht mehr was da sein. Nee, ne? Nee, ne? Hab ich keinen dabei. Nee, dann nicht. Ähm. Und den wollte ich pflanzen. Hm, hm, hm. Fast keine Palmen mehr. Die sind ein bisschen mickriger, was es den Abstand betrifft. Okay. Ich denke dann so, Oh man, jetzt 400 Holz gekloppt, das reicht jetzt, ne? Wäre noch geschockt sein, wie schnell das wieder all ist. Du brauchst es für Holzblöcke, du brauchst es für die Möbel, für allen möglichen Scheiß. So, Knapp 50 Palmen wieder angebaut. Haben wir was gekonnt, ne? Da haben wir noch Setzlinge. Da haben wir jede Menge Kamille noch drin. Und der Schmied ist hier noch nicht drüben. Anscheinend ist da noch was drin. Okay. Ach, ein Blämscher. Macht der so Geschiss. Ein Blämscher. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Komm. Komm. Hier kommt später mit. Und wir haben immer noch das Problem mit dem Fleisch, ne? Wo mach ich denn eigentlich die Bienenkörbe hin? Hm. Kann ich doch bedienen, auch ohne die Räucherpfeife, oder? Ja. Wo stelle ich denn da die... Das weiß ich halt auch noch nicht. Ja, so schlau bin ich auch. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinstellen will. Das dann gehört doch noch. Okay. Offensichtlich nicht das, was ich aufheben wollte. Das wollte ich mitnehmen. Ich würde sagen, es hat alles geschrottet, was auf dem Regal gestanden hat. Egal. Ist ja nur billiges Zeug. So. Das war noch vom Schreinerhandwerkszeug. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. So. So, Rucksack ist voll, na dann. Achso, Rucksack ist voll. Liebst was wir hier lassen wollen, ne? Gut, dann gehen wir mal rüber. Na komm schon. So. So. So, das ist die zweite und oben steht dann noch die dritte. So, erstmal reparieren. Jetzt endlich. Das will ich jetzt haben. Dann brauche ich noch so ein Fenster, weil ich die unten habe. Was bietest du mir hier an? Mit den Schränken bin ich hier einfach nicht glücklich. Ich bin noch nicht glücklich. Ich bin noch nicht glücklich. Ähm. Wenn es kalt ist, muss sie nach oben ins Schlafzimmer beilen und nach Markierenplatz für den Ofen. Steht nicht gerade, oder? Das sieht so in Ordnung aus. Wobei da hier das Treppenhaus offen ist, sollte das im ganzen Haus warm sein, oder? Denk ich mal. So, der Geschirrschrank. Wobei... Ja, ne. Da muss ja noch ein Stuhl hin. Das ist halt ein kleines Haus. Da hat man nicht so viel Platz für gelungen. Der Platz reicht. Mehr Platz hat sie halt nicht für gelungen Stellen. So, dann... Ein Hocker vor die Arbeitsstelle. Bei denen finde ich halt immer doof, dass... Da hat die Weltenbummlerin... Ja, ihre Möbel, äh, ihre Sachen nicht verkaufen kann, hat sie natürlich... Aber nicht so viel Geld... Für teure Möbel... Für teure Möbel... Für teure Möbel, die weniger betuchten Leute Möbel zeigen. Und so schlecht sieht das auch nicht aus. So, da muss noch ein Licht hin, da muss noch ein Licht hin. Oben sollte reichen, mit Kamin und dem kleinen Deckenlicht. Aufstehen! Aufstehen! So, da könnte man noch ein Regal hinstellen. Oder die Baden. Weil für die habe ich eigentlich unten jetzt keinen Platz mehr. Stellen wir die... Oben hin. Und wir sind gezwungen, ihr Haus jedes Mal ein bisschen zu zeigen, weil wir ja hochlaufen müssen. Dann stellen wir mal die Dame... ...hier hin. Dann haben wir schon mal zwei NPCs ein Zuhause. Fast fertig. Wie immer fehlt es auch noch in Büchern. Dann haben wir noch Geschirr eingepackt. Wenn die Freundin kommt... ...hier hin. ...hier hin. ...hier hin. Ich hätte das Geschirr gemacht, doch. Ich hätte gern... Da hätte ich hier noch die Kerzen. So. Was auch immer auf den Tellern ist, eine Teekanne gibt es auch. Schon haben wir den Tisch gelegt. Dann das Fenster noch einbauen. Dann habe ich da genug. Dann habe ich da genug. Perfekt da reinpassen nach Blumedingen. So. Da machen wir noch Bücher auf Geschirr und so Zeug rein. So. So. Da kriegt sie noch einen Schädel hin. Was haben wir denn da noch? Blumen. Und das waren die ganz Kleinen. Die ist sich so in den Boden reinklitschen. Warum auch immer. Das sind die ganz Kleinen. Der ist hier zum Hängen. Guck mal. Ich kann den in die Ecke hängen. Das heißt, wir könnten hier in die Ecke noch andere hinhängen. Oh. Ziemlich genau in die Ecke kann man den. Das ist ja geil. Muss ich noch mehr machen. Dann kann ich hier in die Ecke noch ein paar Blemscher hin tun. Perfekt. Ja mal einen Schluck trinken. Stimmt schon. Stimmt schon. Erledigt. Da kann man Blemscher hin machen. Da kann man noch ein Blemscher hin machen. Und da brauchen wir die Bäuren dafür. Ich will jetzt nicht hüpfen. Du könntest mir. Nee, Geheimtür nicht. Da. Hm. Einmal. Zweimal. Besser wie nix. Also was mit Wanddeko. Da sind wir noch Arishina hier. Da müssen wir mit allen noch gucken, wie wir an Wandschmuck kommen. Wie gesagt, diese Wände gehören zu den neuesten Baublecken. Diese Ziegel-Fachwerk. Hat was. So. Ist aber relativ teuer zum Bauen. So. Da muss man noch bestücken. Zwei, drei Teller kann ich noch rein machen. So. Also mehr Teller wird sie nicht brauchen. Ist das der Geschirrschrank, das andere vielleicht ihre Aufzeichnungen zu den Instrumenten. So. Und eine Ersatzkanne. Man weiß ja nie, was passiert, ne? So. Geschirrschrank fertig. Wie gesagt, sobald wir die mehr als einmal aufstellen können, können wir dann rüber in die Kneipe und noch mal eine Bartin reinstellen. Die sollen ja zur Unterhaltung der Gäste dort noch arbeiten. Ist ja ihr Job, ne? Die Bäuerin, denke ich, stell mal. Und wir haben schon wieder zwei Level Komfort nur heute gebaut. Nur heute. Mal wieder zwei Level Komfort gebaut. Wir sind gut. Unser Friedhof. Jetzt, wo die Plemscher wachsen, sieht das schon gar nicht mehr so komisch aus. Nur die Erde wäre blöd gewesen. Hat was. Die Wand. Da hätte ich gesagt, dann machen wir dann vielleicht. Ich schätze, ich muss mal mehr große Monster prügeln, dass ich genug Köpfe habe. Aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Alles ein bisschen eng und verbinklich gebaut. Was wird... Wie ich da noch ein Dach draufkriege, weiß ich auch noch nicht beim Übergang. Wahrscheinlich so ein Flachdach. Was machen wir bei dem Nachbarhaus für... Ja. Muss ja nicht einer das selber haben. Hm. 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 Es hat was. Irgendwie. Ich bin wieder mal stolz auf mich. Die Seite kann ich noch nicht entscheiden, ob da Fensch dahin dürfen. Wird wahrscheinlich was angebaut. Die Fackel da hinten muss noch weg. Das machen wir am besten gleich. Die muss dann weg. So weit oben ist das nicht so sinnig. Warte mal. Ich hab doch Standfackel. Ich hab doch Standfackel. Ich hab doch Standfackel da. Das macht eher Sinn, hm? Dann sind die zwei Gräber beleuchtet und es macht Sinn. Die kommt auch erstmal weg. Das ist ein Arbeitsplatz, das ist Wohnhaus mit Arbeitsplatz bei einer Wohnhaus. Das kommt ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht. So. So. Oh wie geil. Ich kann da eine draufstellen. Jelol. Ich kann da noch eine Blämsche draufstellen. Warum nicht, ne? Wer hat die nicht? Jetzt wird es kribbelig. Jetzt wird es kribbelig. Wie komme ich da jetzt dran? Das ist nicht. Nein. Ja. Das war knapp. Aber hier könnte ich was hinstellen. Jetzt habe ich nur eins übrig. Brauche ich noch so länger, nicht über Gelegenheit. Dann machen wir mal hier noch eine Standfackel hin. Wie gesagt, die können wir immer noch gegen was besseres austauschen. Es geht hier nur mal drum, dass wir Licht haben. Lüft. Könnte ich gerade reinbeißen. Da könnte ich gerade reinbeißen. Wer hat das Bild? Ich kann das Bild. Ich bin ja schon. Ich kann das Bild. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weg. Da wollte ich noch was. Das könnte man glatt als Vorhang missbrauchen. Schaut mal. Das würde schon mal gehen, oder? Fast. Wenn man nicht sieht, wo man was hinhängen kann, wenn die Püppi im Weg ist. Schon haben wir einen Vorhang und einen Blickschutz. Schaut an. Ich bin so gut. Ich habe einen Blickschutz. Das macht das gleiche natürlich, das ganze gleich viel wohnlicher. Klauerstoff habe ich nicht. Alles andere hätte ich. Ich könnte oben Stoff haben. Und dann muss ich gucken, was ich noch an Indigo habe. Leider kann ich mir nicht sagen, macht das noch mit grünen oder mit sonstigen Stoffen ein. Es muss genau dieser Stoff sein. Ich würde mich jetzt kaputt lachen, wenn ich nicht genug Stoffe dafür habe. Ich nehme das nur noch mit. Und soviel soll ich gerade hier drin. Und soviel soll ich jetzt mal. Und so mal. Ich würde mich jetzt nicht be Summer machen, wenn sie in einer Ebenehindustrie verabschieden können, ob ich das andere Stelle hinweife und kühle mal. Und soviel soll ich noch überraschieren. Ich würde mich noch übergeschienen. Und soviel soll ich jetzt anschauen. Soviel soll ich jetzt mal die Blase güzel und ich kühle mal. Und soviel soll ich das jetzt mal soviel. Noch mal ganz kurz nach unten und dann müssen wir Rübe für Stoffen machen. So, dass ihr hier schon was seht, was sie anstellt. Doch, das finde ich, man sieht zwar die Blümchen nicht, aber die soll man ja eigentlich auch von außen sehen. Das hat man, sieht man es im übrigen auch nicht, weil sie zu groß ist, hat man ja bei sich zuhause ja auch, wenn man die Blümchen stellt, dass man die hinterm Vorhang mit so sieht. So, da müssen wir dann andere hinmachen. Machen wir mal kurz zwei und du machst in der Zeit... Ein oder zwei von denen. Ich will noch Grünseuche im Haus. Ein Haus ohne Grünseuche, das geht gar nicht. Indigo müsste ich noch oben pflücken, um sicher zu gehen. Während du das fertig machst, habe ich gesehen, die muss ich noch unterbringen. Entweder... Die muss ich eigentlich gar nicht im Haus rüberstellen. Das ist ja Arbeitsmaterial. Ich stelle mir erst mal da hin, weil den Arbeitsbereich hier muss ich noch mir was einfallen lassen. Und das sind eben seine Handwerksdiener. Fertig? Fertig! Fertig. 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 Dann mal gesagt noch ein paar Indigo-Flecken, zur Sicherheit. Dass wir den Stoff dann auch machen können. Ich habe hier extra welche angepflanzt. Gut. Hey Schnecke, ich habe noch Arbeit. Blauer Stoff sollte ich machen, ne? 2, 3, 1, 2. Reicht zumindest für die 2 Fenster, die ich machen will, Gott sei Dank. Dann habe ich Garn mitgebracht. Machen wir noch Stoffe. Die lege ich einfach mal hier dazu. So, Schnecke. Jetzt habe ich die Blumenerde vergessen. Stimmt, das habe ich nicht recht. Natürlich. Sag mir jetzt bitte, dass ich Blumenerde hier habe. Ausschlauen und so. Nö, natürlich nicht. Hätte mich ja auch gewundert, ne? Oh, ich habe ja noch gelbe Blumen. Guck mal. Dann muss ich auch mal züchten. Mir nirgends gelbe Blämscher gepflanzt. Ja, hilft nichts. Wir müssen erst noch mal kurz... Ihr wisst ja, was man nicht in den Kopf hat, hat man in den Finger und so, ne? So. Da muss ich hin. Wenn man wieder die Hälfte vergessen hat. Aber ihr könntet ja auch mal mitdenken. So. Wie ich mal gesagt habe, ne? Ihr könntet ja mal mitdenken. Schrecklich. Oh, das ist ein kleines Erachtsmusik. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Bleiben schauen. Einmal. Einmal. Hm. Der war nicht gerade gemacht. Na komm schon. Danke. Die anderen Blumen muss ich später noch machen, die ich in die Ecke reindrücken will. Wenn ich jetzt nicht die passenden Töpfe dabei... So. So, die so Stoffe ins Regal legen, zum Beispiel, damit es so aussieht, als wenn mal Handtücher oder so im Regal liegen hätte, fände ich auch toll. So kleine Items. Wenn man die ganzen Sachen rauslegen könnte. Ach ja. Man könnte so viel, ne? So, ich hätte gern noch zwei Vorhänge. Was ist das in etwa? So. Perfekt. Richtig wie ein Vorhang. Guckt euch das an. Wir haben zwar nicht gerade die Farbauswahl, aber... Sie hat sowas im Blick Schutz. Hier, guck. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schreck nicht. Schreck nicht. Wie wohnlich das wird, nur weil ein bisschen Stoff am Fenster ist. Sieht das doch gleich ganz anders aus. Nur weil ein bisschen Stoff am Fenster ist. So. Und da noch ein bisschen größere Blumen werden manchmal auch nicht schlecht. Aber ja. So. Ja, perfekt. Das finde ich jetzt so cool. Ein Banner als Vorhang missbraucht. Perfekt. Der sieht richtig schick aus. Sie hat ihr Bett, sie hat eine Feuerstelle. Ein Tisch und Stühle. Ein Arbeitsplatz. Wie gesagt, da kommen noch Bücher rein. Ja. Einen Teppich könnte man hier noch hin machen. Diesmal ein Feldteppich vielleicht. So für die Wärme. Aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, ist ihr Haus fertig. Hammergut gemacht. Im Großen und Ganzen. Was ist denn hier los? Ist ihr Haus fertig. Das ist halt ein bisschen klein Zeug. Wie ist es? Nie Verr 마지막. Ein Mini-Sichtschutz aus Bremschung. So. Ein bisschen Wand-Teko fehlt noch. Ein bisschen... Ja. Schiefsttchafter. Ein Schaarer und Fisk. Vielen Dank. Ja, ja, die haben Fälle auch nicht. Ähm, teppisch. Mo, ich getrocknet das Fell dafür. Ach, guck mal! Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich kann bunte Teppiche. Brauche ich aber Safran. Richtig viel Stoff dafür. Ich kann die bunten Teppiche. Trocknete Fälle haben wir natürlich drüben. Okay, ja, gar nicht fürchte. Du wirst jetzt kurzfristig umziehen müssen. Das kann ich drüben weitermachen. Haben wir noch irgendwas, was dir gehört draußen, ne? Scheiße, das kann ich ja gar nicht leermachen. So viel Platz habe ich ja gar nicht. Gut, die kann die ja problemlos nachbauen, aber... Wir haben hier so wahnsinnig viele Stoffe überall. Da hat nicht keinen Platz mehr, ne? Und so haben wir fünf. Das wird aber nicht reichen. Drei, drei, vier, fünf. Sechs. Gut. Können wir da noch was öffnen? Ja. Nee, das nicht. Das wollte ich behalten. Nee, du nicht. Da kriege ich jetzt noch eins hin, ne? Die haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Noch nie Fellfetzen gebraucht, außer für Leder herstellen. Und das farmen wir so genug. Kriege ich das echt leer. Dankeschön. Dann kriege ich das allen Ernstes leer. Dann stellen wir das auch in der Flur, bis wir Besseres können. Gift halte ich doch drüben auch schon im Schrank. Nehme ich schon mal mit. Noch irgendwas, was zur Jägerin gehörte? Nehme ich noch. Die hatte nur das Trockending. Den Webstuhl und das andere einmal drüben. Gut, dann ziehe ich mit dir schon mal um. Wieder einmal hin und her hüpfen gespart. Wow. Bis ich mal das ganze Material drüben habe. Schlag ich sieben Kreuze. Ich sag's euch. Es wird noch so viel Arbeit. Na lachen sie wieder nur, die Segel. Na lachen sie wieder nur. So. Ich quäle mir hier einen ab und die Lachen schlungen. Was machen wir für... Das kommt hier runter. Nur mal für Gift und Ammoniak in eigene Kiste. Ab und vor hatte ich noch. Geil. Das sind die Schuhmaterial. Ich muss jetzt erst mal hier dabei. Das brauche ich gleich. Na, guck mal. Ich guck mal. ist hier nur, bis wir das entsprechend verarbeitet haben. Noch was? Noch ein paar Stoffe. So. Unsere obligatorische Ecke kommt die, die noch kein Zuhause hat. So. Was wollte ich jetzt machen? Teppiche, ne? Einmal. So. Aber ich habe trotzdem nicht genug für bunte Teppiche. Man kann doch nicht alles haben. Aber ich glaube, über kurz oder lang kriegt sie bunte Teppiche statt die da. Wobei das hier auch wohnlich ist. Das ist ja keine Frage. Ich glaube, das ist ja gut. So. Da steht der andere Pfiffke. Können sich über die Wand unterhalten. Was ich finde, sieht doch gar nicht übel aus hier. Rustikal, aber schick. Rustikal, aber schick. Da haben wir noch einen kleinen Tisch. Das ist die selbe Tisch. Das ist die selbe. 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 Ich kann mir noch etwas drauf abstellen. Das ist aber nicht mittig. Zumindest nicht, wenn man von den Bläumen schaut. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Und das hier sieht aus wie so eine Räucherpfeife, oder? Ihr wisst schon, immer so komische Kräuter drin raucht. Da muss auf jeden Fall... Ja, das weiß ich, aber ich meine ja jetzt das andere. Das ist für die Bienen. Man könnte es aber sich auch für was anderes vorstellen. So, damit sie gute Laune für neue Liedchen und so hat. Das ist die Imkerpfeife für die Bienen, ja. Ich finde, wir haben heute eine Menge gebaut. Unser Friedhof. Also ein Teil Friedhof halt. Mini Friedhof. Sieht schon irgendwie schräg aus, aber ja. Bild habe ich auch gemacht. Ja. 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 Das ist leider nicht immer so viel grün macht, wie es soll. Manchmal reicht einmal kloppen und machen so schönes grünes Bällchen. Manchmal müssen wir mehrmals machen und wir in der Mitte so ein komisches Ding, das ich nicht haben will. Aber gut. Ja, dass wir dieses Unkrautzeug hier verteilen können, verschafft einem wirklich das Feeling, als würde das schon ewig und drei Tage hier unten gebaut sein. Ihr wisst schon, weil das so zugeworfen ist. Das ist perfekt. So. Das vermittelt so ein bisschen das Feeling, dass es halt keine neuen Gebäude sind. So. 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 Immerhin fehlen noch Deko-Sachen, aber ich kann nicht hexen. Es wird... Und durch das die Häuser ja auch alle verschiedene Baustoffe haben, wird das ein Kunderbundesdorf. Das dann so theoretisch so entstanden ist, wie man dann so nach und nach in PC findet, schnell noch irgendwas anbauen. Das darf man ruhig so sehen, finde ich. Man hat ja nicht gewusst, man ist aus einer Zeitkapsel gekrabbelt. Man hat überhaupt nicht gewusst, was mit einem passiert ist und was man noch alles zu erwarten hat und findet dann so nach und nach Überlebende, denen man ja dann irgendwie einen Platz schaffen muss. Und dann entsteht das halt so Stück für Stück. Entwut, zentraler Ort wird halt die Kneipe. Finde ich gar nicht schlecht so. Stück für Stück. So, da kommt noch ein Haus dran. Es ist Füß. Es ist Füß. Es ist Füß. Gut, dann kriege ich das heute noch hin, wahrscheinlich nicht, aber könnte man noch ein bisschen rumspazieren. Ach seh, das sollte ich mich ja schnell machen, ne? Ich sollte mich ja schnell machen. Also, die Dinger habe ich schon raus gemacht. Da tut einer Rasenmähen, dabei regnet es. Verstehe ich immer nicht. Wenn es so regnet, dann noch Rasen zu mähen. Ähm, wo komm ich da hin? Meine Laute ist irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was mit der passiert ist. Komm ich jetzt da hin. Wo komm ich da hin? Und wo komm ich da hin? Ich habe noch einen Haufen Kling zu euch. Ich habe auch noch einen Haufen Klingel. Ich habe auch noch einen Haufen Klingel. Und ich würde, dass ich mich da hin woanders habe. Oh, das habe ich vergessen rauszutun, dann werde ich es das nächste Mal suchen, wie blöd. Da ist er, da ist er, beim Blämmchen rauszutun. Da ist er, wenn ich jetzt eh noch mal runter muss, dann kann ich ja noch das Grünzeug mitnehmen. Das Haus verliert halt nix, auch wenn es so riesig ist wie unser Berghaus. Selbst dann verliert das Haus nix. Du kommst da rein und du kommst da rein. Jetzt mache ich mal... Was habe ich an? Matthias, was habe ich an? Hm, herrlich. Nicht ganz so... Ach, so warm. Was wollte ich da rein machen? So. Ja, Hanni ist endlich gefunden. 10.000 Schwerter, ich lasse einen mal noch hier rein. Ich wollte noch was machen. Hört mir grad so auf. Hört mir grad so auf. Was? Das da. Da macht er immerhin schon 31 Schaden. Na guck. Da ist doch gleich was viel besseres. Der macht jetzt Schock und Schock Magie Schaden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Überladung. So schnell. Plus Mana Regeneration. Was wollen wir denn? Warte mal, was habe ich da grad gesehen? Zeig mal nochmal. Die habe ich auch noch nicht aufgewendet. Dann machen die 29 Schaden. Da kann man doch schon was mit anfangen. Jetzt. Die habe ich auch noch nicht aufgewendet. Meine Ersatz-Axt. Noch jemand ohne Fahrschein? Nee. Jetzt nicht mehr. Danke. Dann sind wir ein bisschen ausgerüstet. Jetzt gehen wir uns noch ganz klein bisschen kloppen. Und dann haben wir, glaube ich, für heute genug. Wollen wir noch ein bisschen kloppen und so. Mal schauen. Nachdem ich jetzt das Haus alles fertig habe, habe ich tatsächlich im Moment genug vom Bauen. Passiert mir auch schon mal. Genug Dekoriert und gebaut. Das war irgendwie das knifflige Dach geschafft. Das war die Hauptsache. Das knifflige Dach geschafft. Die Kläden Fischel wieder. so Junge, stirbt der Vogel einen Tick schneller. Einen Tick. So, und wenn jemand Safran sieht, hier schreien. Laut und vernehmlich, bitteschön. Das sind so kleine, bunte Dinger. So, komm schon. Müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, ich könnte noch eine Runde besser brauchen. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gehört. Und das interessiert mich jetzt nicht. Das übrigens, so sieht ein Safran aus. Den haben wir aufgehängt. Also hinten. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Mitten in der Pompon. Ich muss jetzt aber da hin. Ist das oben? Sieht fast so aus. Wir haben keine Ahnung, was ich da suche, aber ich suche mal. Da ist jede Menge Schwefel. Ich komme ja mal hoch. Halleluja. Und werde nicht sofort verprügelt. Windschutz oder sowas. Ich finde ein ganz komisches Licht. Da ist glaube ich ein Safran. Wollte nicht. Wollte nicht. Ernten kann, der wollte nicht. Ihr habt es gesehen, der wollte nicht. So, ein vorgegrillter Vogel. Immer gut. Ein vorgegrillter Vogel. Da leuchtet doch was komisch. Ein Obelisk. Endlich. Die Überreste eines flüchtigen Zeitalters sind beseitigt. Untergegangen in Wellen. Ein weiteres Übel. Ein Fehler. Weggefegt. Versiegelt. Möge das Wasser alles wegspülen, das verdorben war. Hinter uns die Sintflut. Hinter uns die Sintflut. Von welcher Sintflut redet der? Sieht hier sehr trocken aus. Ich will ja nichts sagen. Aber es sieht schon sehr trocken hier aus. Gut. Und da war ein Zelt. Eine neue Unternehmung. Unsere vorherige Expedition zum alten Friedhof war ein großer Erfolg. Ich stehe für immer in der Schuld dieses Fremden. Unsere schicksalhafte Begegnung brachte um mehr zum Vorschein, als ich jemals gehofft hatte. Ich frage mich aber, woher diese alten Inschriften kannte. Ich bin just, der hört gar nicht auf mit... Ich bin mehr als nur inspiriert. Die Runen der Bibliotheken weisen Ähnlichkeiten mit den alten Schriften auf, weshalb ich mehr mit der Analyse des Obelisken der Erbauer begonnen habe, um meine Theorie zu bestätigen. Es gibt jedoch ein Problem. Ich habe meine wissenschaftliche Instrumenten wohl beim Äldermeere Damm vergessen, als die Drachengeier angriffen. Ich ließ sie bereits beim ersten Schatten der Panik fallen. Nun, für den Moment muss mein Closar und meine Brille ausreichen. Doch das kann doch nicht so schwer sein, oder? Da haben wir noch ein Bett. Oh, und ein grüner Stoff! Den wir bis jetzt noch nicht verbrauchen konnten. Noch ein Bett. Und Bücher, die ich nicht aufheben kann. Einmal Mehl. War nicht schlecht. Wunderschöne. Wunderschöne. Dann. Dann müssen wir jetzt sehen. Wir sehen noch etwas... Nee, oder? Nee... Nee. Nee... Da ist nix. Da ist auch nix. Der sieht nur so aus, ne? Ja. Der tut nur so, als ob. Ich würde sagen, hier haben wir alles. Wir müssen zum nächsten Camp oder was auch immer da hinten ist. Auf der Karte sah das so aus, dass wir zum Beispiel in der falschen Richtung sind. Miep. Hallo. Ach komm schon. Echt jetzt? Okay. Ging da vorne nicht irgendwo die Straße ab? Da. Das ist ein ganz komisches Licht hier. Ja. Ich mag jetzt keine Skorpione prügeln. Ich bin schon wieder in keinen Sofran. Ich bin schon wieder in keinen Sofran. Ich bin schon wieder in keinen Sofran. Na ihr Diggerchen. Habt ihr jetzt auch Fran gesehen? Ne. Und diese komischen anderen Klugen. Und jede Menge Skorpione. Das sieht so witzig aus. Weil hier waren wir schon mal, oder? Ja. Da sind die zwei Toten. Da ist der Spinner. Und da. Schnetzel, 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 Schnetzel. Ja. Kaum hole ich den Bogen in die Hand. Hab noch nicht geschossen. Rennt da davon. So gut. Eins tiefer können wir ja. So gut. So gut. So gut. So gut. Du magst das, wenn ich da was reinpikse. Du magst das. Hatten wir hier auch ein Bett. Ja. Wir können die Nacht verpennen. Ich bin... damit ich auch satt werde. Ich dachte, ich habe das gerade eingesammelt. Wie geschockt gucken, das muss doch ein. Aber liebend gern, liebst du nie Elke und so? Nein? Also wirklich, schlummelt auch nicht. Immer noch ein komisches Licht. Kenne ich dich schon? Nein. Da hätten wir auch schlafen können. Aber nicht so. Ja, mehr wird es aber nicht. Aber wenn wir da öfter mal dran denken, können wir uns immer wenigstens einen kleinen Buff unterwegs gönnen. Ich muss nur halt ab und zu mal dran denken. Ja? 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 Ja. Ja, da sind nur die Sandtinger. Ist ja lustig. Ich tue euch nichts. Ich tue euch nichts. Wenn ihr hier wohnt. Ja, okay. Dem muss ich was tun. Der ist schon mal töterisch. Da kam ich jetzt in der Tour. Wie gesagt, die Viecher. Ja, ich tue euch weiter wohnen. Das stört mich nicht. Das ist eigentlich sowas wie eine Schmäh für mich. Das finde ich hier, oder? Ganz viel Schwefel. Nur Schwefel gibt es ja hier gefühlt an jeder Ecke. Ich könnte sie aussehen. Ich bin. Ich bin. Wenn es viele Bämmchen gibt, dann habe ich noch etwas dicke Schwefelklumpen. Und Edelsteinklünchen haben sie hier geteilt. Interessant. Was kannst du? Die Fledermäuse kriegen wir mit dem Stäbchen hier auch besser klein. Die Fledermäuse kriegen wir mit dem Stäbchen. Die Fledermäuse kriegen wir mit dem Stäbchen. Die Fledermäuse kriegen wir mit dem Stäbchen. Aber wir müssen die Fledermäuse kriegen. Wir müssen die Fledermäuse nehmen. Schwefel und was. Jede Menge Schwefel. Und hier haben bestimmt mal diese Pelzdinger gewohnt. Ja, das ist okay. Das ist gut, ja. Ich kann es nicht mehr Du bist dann gespürt. Überall tonnenweiße Schwefel. Eigentlich muss ich hier auf die andere Seite. Da kommt man doch da hinten irgendwie hoch. Wofür ist das hier? Ja. So möglich über den Berg kommen wir hier, aber nicht. Wir lassen uns unterfisch auf Vogel. Ich bin der Schraub. Nein, nein, nein. Ich komme dann nicht. Okay, nichts ist. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Noch eine Minderung. So. Ich bin der Schraub. Da rüber. Nur damit wir dann hier doch nicht drüber kommen, oder? Das wäre aber der richtige Weg. Der ist aber zu steil. Aber hier können wir durch. Oder? Oh, da ist sogar ein Safran. Ja, lol. Oben auf der Spitze von Bär scheint Safran. Wo auch sonst, ne? So. Das sieht doch gut aus. Wir wissen jetzt nicht so ganz genau. So. Da ist ein Safran. Und ein Bläderfuchel. Lass dich grillen. Da stehe ich drauf zu blitzeln. So. Ja, das sind Safran. Die nehmen wir natürlich mit. So. Da ist noch ein Safran. Nehmen wir auch mit. Theoretisch zumindest. Was ist das da hinten? Erderdamen Ausgrabungsstätte. Das haben wir doch eben schon mal gelesen. Was leuchtet denn da hinten? Seht ihr das? Da leuchtet was. Da leuchtet was. Vorher müssen wir uns wohl erst mit dem Vogel prügeln. Dachte ich mir schon, Future. Dachte ich mir. Erstmal das Leuchten angucken. Meistens war da irgendwas versteckt, wenn das so schreiend leuchtet. Hallo! Auf jeden Fall ein Mama-Vogel oder Papa-Vogel. Ich habe mich gestört. Der hat noch gelebt. Der hat noch gelebt. Jetzt nicht mehr. Wir haben was gefunden. Was der kleine Scheißer hier alles verstoppelt hat. Nägel und Steine und Instrumente und... Shit. Na dann. Papier! Können wir jetzt Papier herstellen? Oh, wie geil. Wie geil. Wie geil. Dann kriegen wir ja doch irgendwann ein Regal als Geheimwand. Wenn wir dann vielleicht Papier selber herstellen können. Über das Verschwinden des Wassers. Feldnotizen. Tag 19. Ob man es glaubt oder nicht. Im Ödland gab es einst eine Menge Wasser. Doch als ich einige der Einheimischen fragte, was mit dem Land geschehen ist, kannte keiner von ihnen eine vernünftige Antwort. Ich hörte von äh... mysteriösen Sonnengott, der das Wasser in den Himmel saugt, bis hin zum Aufbrechen des Bodens und dem Auslaufen des gesamten Sees wie ein Fischglas. Aber nichts davon ergab Sinn. Tatsächlich hat der Eldermere-Damm eines Tages kein Wasser mehr freigegeben, obwohl seine Schleusen völlig offen standen. Ich habe Gerüchte aus dem alten fernsten Winkel von Glutal gehört. Angeblich entweicht aus dem Boden eine verheerende Plage. Könnte das mit dieser Katastrophe zusammenhängen? Loren Krim. Da ist wieder so ein Vogel im Nicht. Wie hier ist Miasma, ich wollte es gerade sagen. Findet man noch ein bisschen Krimskrams. Hier gibt es irgendwo noch eine Warte, die wir nicht gefunden haben, wo wir uns noch hochkraxeln müssen. Kann ich da überhaupt rein? Hallo Eiswind. Ne? Da haben wir noch etwas zur Nächsten. Da dürfen wir uns reparieren. Gar kein Luxus. Knochen im Sand. Das Ötland birgt viele Geheimnisse und keins davon ist mysteriöser als die riesigen Fossilien längst ausgestorbener Kreaturen. Ich habe schon viel über den Ursprung ihrer Spezies nachgedacht, aber dieses Ötland bietet keine Antworten. Fragt man die Einheimischen, sagen sie, dass die Knochen von den Göttern stammen. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ich habe Theorien, aber ich müsste noch weitere Nachforschungen anstellen. Ich habe da schon einen vielversprechenden Ort im Auge. Immer haben sie alle Theorien. Wie geht's dir, Eiswind? Der beachtet uns nicht. Letzt, vorletzter Urlaubstag hier. Auch der längste Urlaub ist mal vorbei. Das ist nochmal noch nicht. Da waren wir aber, ne? Hier wollen wir mal. Wir haben einen Dapplichen Vogel gesehen. Endlich. Hm hm. Ich würde sagen, wir haben hier alles, oder? Nein, anscheinend nicht. Noch so eine Rolle. Da gibt's noch Honig, aber Honig haben wir. Ein bisschen Kupfer könnten wir noch mitnehmen. Wenn's uns schon so angeboten wird. Für unsere Kupferzäune und große Sachen. Hm hm. Ja. 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 Die muss ich ausholen. Wow, sind wir schon wieder voll. Aber wir haben ja das, was wir wollten. Ist die Hauptsache. Warum? Wir haben, was wir wollten. Zwei Tage hinten an der Quest gegen Stass ist ständig gefunden. Auch gar nicht nur schlecht. Ja. 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 Zum. Immerhin 80 Kupfer. In der näheren Umgebung ist da nichts mehr. Da ist noch ein Safran. Ich will dich haben, dass manche Sachen mittlerweile so schwer sind, aufzuheben, was war denn das? Hä? Irgendwas hat auf mich gespuckt. Ach ja! Der kommt gar nicht dazu, irgendwas zu tun. Aber der ist für die Waffe, glaube ich, zu. So meinte ich das jetzt nicht. Der ist nur noch stärker. Oh, ich habe kritischen Schaden gemacht. Ich habe niemanden gekriegt. Jawoll! Dann hat er nicht mal was Gescheites dabei. Also wirklich. Hier kann ich Schreck machen. Ich habe Tonnenweiße davon. Kriege ich jetzt endlich eine Plume? Warum nicht? Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie nicht nehmen. Ich kriege kein E. Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie nicht nehmen. Oh, wir haben so wenig Safran. Was ist das? Ich will doch nicht fliegen, was machst du denn? Manchmal bist du schon ein bisschen doof. Wenn sie fliegen soll, dann macht sie es nicht. Wer macht sie schon im Acker? Gut. Wir verschwinden hier mal. Der kommt mir hinterher, oder? Die damischen Bienen auch. Lalalala. Lalalalala. 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 Ach komm schon. Wie weit willst du dann noch hinterher latschen? Gibt's doch nicht. Hups. 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 Komm schon. Okay. Der soll springen, Vibe. Das dürfte er nicht schaffen. So, Alter. Darf ich jetzt? Danke. Komm. Lalalala. Lalalala. Hey, hey. Mhm. Hey, hey. Huhu. Ja, Digga. Ich hab was für dich. Was bringst du hier, Frank? Die wissenschaftlichen Instrumenten. Wunderbar. Auf dich ist immer Verlass. Wenn wir es schaffen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten ein Labor zu bauen, können wir Heilgegenstände jenseits jeder Vorstellungskraft herstellen. Was haben wir denn jetzt neu? Da. Ein Labor. 40 Ziegel. Hab ich natürlich bestimmt nicht. Was ist das? Was? Das Zeug ist hier richtig teuer. Genau. Warte mal. Klaas hab ich doch letztens in Auftrag gegeben. Da. Ja. Klar, das haben wir jede Menge gemacht. Zinn hätte ich. Hab ich auch Kupfer. Bronze wieder haben noch. Leer Kupfer. Doch. 1, 2. Wie viel Kupfer braucht man ja? Weiß ich nicht. Äh, Bronze meine ich. Ich kann ja die mal nachher hin tun. Dann kann ich schon mal das Glas raus tun. Die Börperschnitte. Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub. Das Börperschnitte. Schon haben wir ein bisschen Platz. Jetzt müssen wir mal dem Typ mal kurz vor die Füße stellen, bevor wir die eigentliche. Die eigentliche. Das ist deins. Kann das schon wieder? Ich will nicht bauen, ich will es nur hinstellen. Klaas hab ich. Mir fehlt die Rose. So, ne? Da ist aber noch Kupfer drin. Warum holt er die nicht? Keine Ahnung. Ja. Nein. Warum warum er die nicht holen möchte? Hm. Hm. Mhm So, der kommt mit rüber. Bronze ist immer drin. Dem habe ich hier keines mehr. Ich habe das meine Schleischung abgebaut. Was? Sonst war ja nichts Neues, nur. Das können wir noch nicht, weil wir das Ding noch nicht gebaut haben. Und wir kommen der besseren Farmerd auf jeden Fall ein ganzes Stück näher. Wir kommen der Sache schon viel näher. Dann gehe ich mal rüber. Gucken, da müsste ich noch Leben haben. Vielleicht kriegen wir das heute noch ein wenig fertig. Was haben wir gesagt? 40? Der Camping. 40 Ziegel. Unter anderem nun. Hm? Dann geh ich noch mal an. Ich rieche mich. Bum, wie sonst das? So, Riechnecker, krieg ich das hier hin? 13 eigentlich, ja. Mal hier 20, ein Auftrag. Dann geht das ein bisschen schneller. Und hier 20. So, das ist das, was wir haben sollen, wollen müssen können. Das dauert ja jetzt einen Ticken. Boah, wir haben hier Federn. So viele Federn brauche ich doch nie. Die nehme ich mal mit, weil ich nicht weiß, ob ich die gegebenenfalls brauche. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen Lehmtrüben aus Gründen. Grünstoff hatten wir noch gar nicht. Ich gucke mal da. Schick, schick. Sag mal, die in die Regale legen könnten, als Wolldecke oder sich Handtücher oder so vorzustellen. Das fände ich cool. Aber leider. So, da wollte ich gegen die Laute tauschen. Da kommt der schon wieder her. So. Den Klumpen wollte ich mitnehmen. Da haben wir noch schicke Steine. Dann machen wir hier dabei. Jetzt soll ich das auf die Ziegel warten. Dann machen wir halt noch ein bisschen Musik. Wenn ihr gerade nichts anderes zu tun. dann machen wir das auf die Ziegel. Dann machen wir das auf die Ziegel. Der Guru braucht Tagehelfer, ganz dringend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habt ihr schon wieder Ariel geärgert? Ja guck, es fehlt schon gar nicht mehr so viele Ziegel. Ja guck, es fehlt schon gar nicht mehr so viele Ziegel. Irgendwie stört mich das ein bisschen. Ich müsste die Kante hier unten abschließen. Das wäre irgendwie besser. Das stört mich ein bisschen. Und dann wäre das halt ein sehr kleines Beet. Kann ich bitte mal andersrum hinsetzen? Das ist eine der Bänke, wo man jetzt sieht, wie rum man da richtig sitzen tut. Ich versuche schon rückwärts reinzugehen. Das sieht man leider nicht, wie rum die Bank richtig ist. Jetzt sagt er mir gar kein Sitzen. Okay. Was ist denn so schlimm? Das müsste reichen. Das müsste reichen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Was ist denn kein Heio? Kaum, dass ich da bin. Ich bringe ja nichts Neues mit, dann klärt auch nicht. So. So. Kann ich das jetzt bauen? Das können wir mal bauen. So. in das Labor. Brauche ich die Instrumente? Muss ich die halt nochmal holen gehen? Weil ich muss die hier verbauen, seht ihr? Oh. Wir haben was Neues gelernt. Kohle, Staub. Sonst nix? Ja. So. Und da die Jägerin hier nicht mehr rumsteht, stelle ich das jetzt mal da hin. Papier. Papier. Wir können tatsächlich Papier herstellen. Brauchen wir schon wieder dieses Ammoniak Zeugs. Schande. Nicht das Wasser. Ihr wisst, wie blöd die zu kriegen sind. Ein Gewürz? Oh, Schande. Da brauchen wir die Ödlandblume zum Beispiel. Und da ist das Nitrat. Gut. Dann brauchen wir mal Sand, Salz, Holzsäure. Okay. Und Schwarzpulver. Was soll ich denn bitte mit Schwarzpulver? Okay. Und das hier. Das Meisterhammer drüben, ne? Alchemistischen Kremskrams, den haben wir hier auch. So. Nitrat interessiert mich jetzt. Sand, Salz haben wir auf jeden Fall. Sand und Salz haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, bei dir mache ich doch die Holzsäure. Brauche ich Erde. Dann. Ne, das ist ein Fasernstopp. Das ist ein anderer. Ein anderes. Schott. Da wäre ein bisschen Pummenerde übrigens. Ein Krümel. Erde, gut. Also Erde ist ja wohl das kleinste Problem. Mal kurz aus dem Dingsbereich raus, dass es sich wieder erholt. Erde. Ich würde sagen, wir haben ja schon genug Erde. Das geht dir schön rucki zucki. So. Erde. Nee. Erde. So. Wieso denn... Hier brauche ich sie doch nicht. Sand. Da brauche ich Sand. Ja, nicht aber auch noch irgendwo. Lalalala. Hier brauche ich Erde. Wieso nimmst du dir das Holz nicht? Ich weiß, dass ich Holz habe. wenigstens ein bisschen. Nein, hier nicht. Okay, ich habe kein Holz. Ein großer Baum. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich finde doch nur mein Holz. Du bist ja ein großer Baum. So. Das sollte ja schon reichen. Echt jetzt? Na gut. Sollte aber trotzdem reichen. Mach mal. Er macht mir jetzt die Säure. Was brauchte ich jetzt noch? Boah. Gedächtnis wie ein Sieb. Salz. Und Sand. Salz war mir, glaube ich, zwei oder dreimal holen. Wenn man dann mal losgezogen ist. Man braucht ja nicht so viel Salz. Zumindest habe ich nie viel gebraucht. Sondern ich habe gar keinen Sand hier. Da habe ich den alle schon mit rüber geholt. Manchmal von Nachteilen. Ernsthaft. Gott, wir müssen das Sand holen. Das haben wir doch bestimmt hier. Und dann gibt es erstmal ein leckeres Eis. Ich habe noch was in der Truhe. Gegen die Hitze. Sand. Das sage ich doch nicht. Nicht Sand, aber Sand. So. Sand. Damit wir anfangen können, bis das da hinten fertig ist. Ich habe hier, glaube ich, auch Holzsäure noch übrig. Oh ja. Wo ist das hier? Wo ist das? Wo ist das? Das ist das. So, Kinos. Sand, das Zeug, Salz. Habe ich jetzt alles? Ich kann die Draht machen. Wie nur zweimal? So wenig habe ich doch gar nicht. Wieso habe ich jetzt 6 in der Warteschleife? Muss ich dann verstehen. Egal. Dann können wir die nächste Safran züchten. Und wenn wir unsere Safran gezüchtet haben, können wir viel mehr Bilder machen. Wieder einen Schritt weiter. Wunderhübschen Safran. Mach schon. Mach schon. Ich will meine erste Erde bauen. Mach schon. Schneller. Schneller, bitte. Schneller. Und dann erzählt er mir bestimmt, dass noch irgendwas anderes fehlt. Endlich. Wir sind einen riesen Schritt weiter gekommen die Woche. Wir haben den Webstuhl gefunden. Wir haben das Spinnrad entdeckt. Wir haben diese hübschen Vorhänge bekommen. Ähm. Ja, jetzt dieses Alchemie-Zeug, das uns gefehlt hat. Damit verbunden natürlich bessere Anzuchtserde für unsere Plämschern und Gemüse. So. So. Sind wir die Woche ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Wir haben zwei der neuen Baupläcke gefunden. Ein richtig gutes Rüstungsteil für unsere Klasse, weil nicht nur Zauberer zur Abwechslung. So. Gib euch das mal. Das Miasma mit die Ohren interessiert mich ja mal gar nicht. Aber gut. Hi Schnecke. Du brauchst dann Sand. Ein fossiler Knochenstock. Natürlich. Aber warte mal. Die könnte ich... Glaube ich, habe ich gesehen. Habe ich. Hier hat es Kohlenstaub gegeben. Gut. Als neues Spielzeug. Du könntest mir noch ein bisschen... Das ist jetzt nicht so... Ähm... Schnecke. So. Wir haben Sand. Wir haben den Dings. Drei Nitrat brauchen wir da. Aber gut. Wir kriegen 15 Erde. Immerhin. Wir sind einen riesen Schritt weiter mit der Landwirtschaft. Wie lange brauchst du noch? Das würde ich gerne auch noch in zweite Runde mitnehmen. Und dann können wir sie davon anzüchten. Wie geil ist das denn? Ich bin so happy. Scheiße. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Hier bin ich mal bist. Und, schwupp. Wo man die hinstellen, das weiß ich noch nicht. Müssen wir ja alles irgendwie in unserem Dorf mit einplanen, ne? Irgendwie. Was wollte ich jetzt? Achso, die Kamille raus. Während der Alchemist noch hier rumsteht. Dankeschön. Schnecke. Ich hätte noch gern von dieser teuren Erde. Dankeschön. Dankeschön. Dann. Dann, 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 dann. Können wir jetzt richtig coole Sachen züchten. Dankeschön. Dankeschön. Ich muss aber, ne, nach oben. Dankeschön. 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 Dankeschön, da haben wir die Brennnessel drin. Das sind so Sapfern. Wir brauchen diese neue Blumenerde, wir brauchen Saffern, jede Menge Wasser, ich habe ja gar keinen Brunnen mehr hier, da nicht noch mehr Saffern, aber ich habe glaube ich Wasser hier oben. Ich bin hier oben. Jippie jippie. Wir sind ein Megaschritt nach vorne gehüpft. Für einmal saffern braucht ihr jetzt 7 Minuten. Dann geh ich mal das Zeug noch unten kriegen. Das passt hier irgendwie nicht hin. Ich habe gar nicht richtig geguckt, was wir für das Papier gebraucht haben. Ich nehme das fertige Glas hier noch dazu. Was wie ein Haufen Metallschrott. Es gab mal eine Phase zwischen Anfänger und Fortgeschritten, wo wir nie genug von dem Schrott Zeug hatten. Witzigerweise. Jetzt haben wir wieder Tonnenweiße. Jetzt sind wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Oh ne, da hab ich noch welche. Dann könnte man die ja schon mal setzen. Dann sind die schon fertig, glaube ich. Da haben wir auch noch Indigo stehen. Dann sind... Dann gehen wir hier hin. Dann sind wir ganz schön. So, da steht auch noch ein Dicot. So, da steht auch noch ein Dicot. So, Brennnessel. Waren wir hier drinnen? Von den Brennnesseln hört und sieht man bei fast niemandem was. Es scheint etwas zu sein, wo wir mega Glück hatten, das zu finden. Ich habe das auch in dem ganzen Ding bis jetzt nur einmal eine Pflanze gesehen davon. Die haben wir uns ja dann mitgenommen. So, da steht auch noch ein Dicot. Jetzt habe ich schon so viel Creams-Krams dazwischen gemacht. So, da steht auch noch ein Dicot. So. So. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. So, ich schiebe. So, ich schiebe. Ach, das ist ja. Das ist ja so. Mit denen habe ich ja nicht gesehen, dass man irgendwas damit machen kann, außer die pur zu essen. Hallo Keeble. Grüß dich. Das Satz von Kaffee schmeckt nicht. Wär schon gar nicht kalt. Alles gut bei dir Keekeeper. Ach, halt mal hin. Kann doch nicht so lang dauern. Meine zacklichen Fingers. Warten. Die andere Hälfte. Ob ich da wieder Bücher? So. Ich wusste ruhig, da habe ich noch eine Erfahrungsschrift drüber. So. So. Bestätigen. Zu Sicherheit. Ja, endlich. Wir können unseren ersten Safran anbauen. Jippie. Wir sind wieder ein Stück weiter. Jippie jippie. Wenig genügend Platz. Wir wollen aber weit auseinander stehen. So. Unser erstes Safranpflänzchen. Wir sind ein Stück weiter. So. Haben wir heute doch einiges geschafft, finde ich. Wenn ich jetzt noch ein Unriko ernte. Kann ich da noch Bilder machen? Oder fehlt dann noch irgendwas? Wir sind ein Stück weiter. Wir sind ein Stück weiter. Wir sind ein Stück weiter. Der Stoff ist ein. Okay. Okay. Da muss noch was hier. Ungefähr. Ungefähr. Dasselbe hier. Ungefähr. Wir betonen es. Ungefähr. Ah, herrlich. So. Hat der hier Bilder noch? Das doch reicht. Das reicht. Da machen wir vielleicht noch ein Licht hin. Irgendwie stört es mich hier. Was habe ich denn? Große. Er muss einfach noch ein Licht hin. So. Dann kann sie noch ein paar Bilder haben. Genau genommen zwei. Na ja, ist ja ein paar, ne? So, die Bilder haben wir noch übrig da. So ein Kopf hin. Ein Kind so großer. Warum kann ich hier kein Bild hin tun? Hä? Warum nicht? Wegen im Bett oder was? Wegen im Bett oder was? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Kriegst du da noch ein Bild hin? Oh, das Wildschwein darf mal hier hin. So. Richtig kuschelig geworden, die Hütte. Finde ich. Mir gefällt das wirklich mit den zweckentfremdeten Banner als Vorhänge. Da hat sie ihren Kuschelteppich. Blämscher. Sieht doch toll aus. Der hat mir auch gefallen. Kann man nicht meckern. Da müssen wir noch einen Becher oder was hinstellen. So. Zum Gemütlichen, ne? Ihr wisst schon. So, bitte. Mal so gemütlich vorm Kaminhaut, was trinkt. Und man weiß, der Schatz ja auch heimlich besucht. Da mach mal den Kopf hin. Wenn wir mal wieder einen haben. Beziehungsweise die Jägerin ist ja hier. Ah, jetzt fehlt nur der Stoff. Aber warte mal. Warte mal. Ich hab doch Stoff beauftragt. Da kommt das rein. Mein erster bunter Teppich. Endlich mal Farbe. Kann man drüber streiten, wie hübsch der ist oder auch nicht. Aber es ist mal Farbe. Endlich mal Farbe. Ich hab doch noch nie gesagt. Ich hab doch von mir in die Straße verabschloten. Ich hab einen Farbe. Ich hab doch nicht mehr vor. Ich hab noch über die kommen verabschloten. Ich hab schon mal viel los. Oh, nein. Da bin ich ja ferascht. E practise nicht. Ich hab ein kleines Grab. Ich hab mich nur nicht. Ich hab glaube ich ja von dir. Ich hab das carne. Und ich hab das nicht. Und er passt auch zu diesem grünen Sofa-Bank. Perfekt. Perfekt. Schon bin ich wieder ein Stück weiter. Du musst weg. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen Teppich, dann kommt der da hin. Und vielleicht welche für ins Bad, dann hat der arme Kerl nämlich ein bisschen Farbe. Und so als Handwerker, als einzig der Handwerker im Dorf, muss der ja ein bisschen Geld haben. Das kann der ja zeigen. Es wird langsam. Und wir haben plups wieder zwei Stufen an Komfort dazu bekommen. Also gut und gerne haben wir die Woche zehn Komfort-Level mehr gemacht. Was uns natürlich entsprechend länger Ausdauer gibt. Haben wir richtig was gewonnen. Und wir sind ja noch lange nicht fertig. Goilo. So. Das etwas ungewöhnliche Friedhof-Eckchen. Jo, ich würde sagen, wir haben heute wieder was gekonnt. Auf mein Dach bin ich irgendwie stolz. Das ist echt gelungen. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Denn schön, dass ihr da wart und zugeschaut habt etc. Wir haben das soweit für das erste geschafft. Morgen ist Freitag. Da fangen wir ja erst schon Zähne an. Dann gehen wir eventuell mit der Lkw fahren. Bis dort hin. Macht's euch hübsch. Macht's euch schön. Lasst euch gut gehen. Lasst euch nicht stressen. Und stresst auch niemand. Damit wir keinen Nudelholz rausholen müssen. Und bis dort hin. Ich lässt er mich nicht. Da. Bis dort hin. Wie gesagt.